Angenommen, es werden auf Paradise Island drei Güter gehandelt. Rein kombinatorisch sind dann 3 mal 3, also insgesamt neun, Tauschrelationen denkbar. In die Felder dieser Tauschtabelle sind in allgemeiner Form die zugehörigen relativen Preise eingetragen. So bezeichnet p von 2 und 1, wie viele Einheiten von Gut 2 für eine Einheit von Gut 1 getauscht werden müssen. Aber viele Werte in dieser Tabelle enthalten bei einem logisch schlüssigen Preissystem keine zusätzlichen Informationen. Ein Gut muss mit sich selbst getauscht immer gleich viel wert sein. Also beträgt der relative Preis 1. Damit hat sich die Anzahl der notwendigen Informationen auf 6 Preise verringert. Wenn eine Languste 4 Äpfel wert ist, dann muss ein Apfel ein Viertel Languste wert sein. Das obere Dreieck der Tabelle spiegelt also nichts anderes als die Kehrwerte der Preise im unteren Dreieck wieder. Also bleiben nur noch 3 Preise unbestimmt. Wenn eine Languste zum Preis von 4 Äpfeln gehandelt wird und eine Kauri 2 Äpfel wert ist, dann muss man für eine Languste 2 Kauri eintauschen. Anders ausgedrückt, wählt man ein beliebiges Gut, zum Beispiel Gut 1, als Recheneinheit aus und bewertet damit die übrigen beiden Güter, dann kann man aus diesen Preisinformationen alle übrigen Preise der Tabelle bestimmen. Tatsächlich benötigt man also bei drei Gütern nur die Kenntnis von zwei Preisen.